What's up Kings and Queens! Mein Name ist Karol und neben mir steht der Richard. Servus! Hey Servus! Du musst gewinnen! Siege! So, wir kommen zur ersten Disziplin Free Kicks. Ganz Standard. Wobei wir jetzt bis 5 spielen. Sprich, du musst versuchen 5 Tote zu schießen. Ich muss versuchen 5 Fälle zu halten. Das Ganze von einer Position aus dem Stand. Danach gibt's was Neues, ok? Aber erstmal das hier. Let's go! Yes, yes, yes! What's up, what's up, guys! I love this game! I love it! 4 Champions League Tote und 11 Sieger Tote. Just saying! Oh no! Singerspitze! Sam ist gereicht! Ich vermute, er wird noch viel öfters gegen ihn schießen. Let's go! Let's go! I'm ready! 1, 2, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1! 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1! Vor dem Dreh und vor dem Spiel anfeuchten. Habe ich nicht gemacht, Leute. Anfängerfehler. 2-2, mit Spanik. Hältst du gut. 3-2 geht, Karol in Führung. Lazy Gentleman, Spanung pur. Berichter gegen King. Einen Top-Schuss nach dem Lazy Gentleman. Mit den neuen King-Klops ist das Tor zu. Was meinst du, er ist nicht so schlecht, ne? Nein, er ist gut. Aber ey, man sieht ihm übertrieben an, was für eine krasse Technik der hat. Der hat noch keinen Schuss daneben geschossen. Also so richtig daneben geschossen. Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Ja. Gladiator in this all a war. What you think that I've been fighting for? Wo hin, Bro? Wo hin, Bro? Du hast einen... Du hast einen... Du hast einen Millimeter-Arbeit gekauft. Du hast einen Top-Schuss gemacht, ne? Ja. Ja. Ja, der kommt zum Moten. Zwei Mal sogar. Ey, wenn das kein zu Basis oder Top-Schuss gewesen ist, dann weiß ich auch nicht mehr, Leute. Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Always on a grind to the sun. Come on us. They can never control us. Running for the prize race. High for the toes. I love this game! What a goal! Goal Lasso! Bist du bereit? Ich bin Born Ready. I am Born Ready, Bro! Come on! Woah! 1-0 in den King. Aber es ist noch nicht vorbei. Das war die erste Challenge. Jetzt werfe ich den Ball. Er nimmt den Ball an. Im zweiten Ball-Kontakt. Abschluss! Ich habe gesehen, du schießt gar nicht daneben. Also fast nicht daneben. Bist du privat viel am Üben, viel auf dem Platz, viel Free-Kick schießen? Oder bist du eher an der Konsole am Chillen? Eigentlich eher ganz selten. Also ich probiere schon nach dem Training immer hin und wieder Freistoße zu trainieren. Das klingt mir eigentlich auch ganz gut. Also es sieht top aus, Bro. Ich habe ja viele schon gehabt. Die meisten brauchen ein bisschen Anläufe, um vor allem reinzukommen. Bei dir war der erste, glaube ich, sogar Tor schon. Also, zweite Challenge. Abwärtsen, annehmen, Tor schon. Das ist der Stimmfahrt. Ganz klassisch. Let's go! 1-0! Let's go! Ich bin bereit. Ich liebe dich. Ich hab mal wieder gerade Glück gehabt. Der will mich waschen, ey. Der knallt mich so stark wie der schießt, der mich mit ins Tor. 1-1 1-1 1-1 3-2 The players on fire I love this game! 3-2 3-2 3-2 4-2 4-2 4-2 2 3 1-2 5-3 2-2 5-4 5-0 6-3 7-3 Oh, hey! Oh, hey! Knappes thing, Leute! Benzatka in finale! Bro, der hat gerade eine Aufholjagd gestartet. Und vor allem habe ich gesehen, du bist plötzlich auf den linken Fuß geswitcht. Bist du beitfüßig? Ich bin auf jeden Fall beitfüßig, ja. Wir erhöhen den Einsatz, okay? Wir machen jetzt das Finale, Elfmeter schießen, du aber nur mit dem linken Fuß. Perfekt. Bist du dabei? Ich bin dabei. Mergem ist dabei. Und jetzt ist es soweit, Leute. Das klasse ist die Finale. Mit dem linken Fuß. Mit dem linken Fuß. Let's go. Wichtig ist Ekwa da. 1 zu 0. Also jetzt bereue ich es ein wenig vorhin, nicht mehr Gas gegeben zu haben, weil Elfmeter schießen ist schon Russisch-Olette für den Torhüter. Ich schaff das doch, ich gewinne, ich gewinne. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Drückt mir bitte alle die Daumen. Alle die hier sind bitte. Einmal die Daumen drücken für den Keeper. Auch sie da oben bitte. Daumen drücken. Er macht mit. Super. 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 Leute drückt mir die Daumen. Ich brauche eure ganze Power. Like das Video und seid dabei. Ich bin wirklich da hingeschossen. Das war zu stark. Okay. Abpfiff. Applaus. Hat mich gefreut. Leute folgt bitte mehr gegen Bericht auf Instagram. Verfolgt ihn bitte auch in der Liga. Leute auf jeden Fall. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich wünsche den Jungen natürlich nur das Beste. Bleibt gesund und man sieht sich vielleicht. Ciao, ciao.